Was ist die Faszien-Training? Ja, doch, Faszien-Training. Wir gucken im Alltag, die Faszie auch sinnvoll zu belasten. Also wenn ich mich zum Beispiel immer mit geradem Rücken bücke, das ist eine ideale Koordinationsübung, ist auch ideal für die muskulären Rückenstrecker, aber für meine Rückenfaszie ist das Null-Training, Null-Belastung. Da kann ich 100.000 Bückungen machen, das ist gut für meine Hüftgelenke, aber für die Rückenfaszie, die schnaucht da völlig entspannt vor sich hin, die wird immer dünner, also use it or lose it, nicht gebraucht, das verkümmert, das gilt auch für die Rückenfaszie. Und das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren im Rückentraining ignoriert, dass man die Rückenfaszie auch durch sinnvolle Belastung kräftigen will. Das heißt, wir würden wieder rundrückige Bewegungen, so wie Tonvater Jan das schon hatte, sinnvoll in das Training aufnehmen, aber nicht jeden Tag, sondern zum Beispiel nur jeden zweiten, dritten Tag, sodass dann die Rückenfaszie an Speicherkapazität und an Reißfestigkeit gewinnt. Und dann kann ich meine Tochter auf die Schulter nehmen und meine Rückenfaszie reißt da genauso wenig wie mein Hemd. Und dann kann ich die Rückenfaszie reißen.